Dänemark ist nicht Ihr Freund. Für uns dienen Sie nur einem Zweck. Die ganze dänischen Westküste von den deutschen Landbienen zu befreien, die Sie so vorher hergebracht haben. Seid ihr Soldaten? Zwischen den Schwarzbruch Fähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr wird hier einen schaffen. Wenn ihr das erlegt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Willst du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel. Meinst du? Nein, Herr Feldwebel. Ich habe einen Haufen von deutschen Vollidioten. Einfolder. Ja. Sprecher, Spieler! Stop! Die små drenge, Ippe. Die små drenge, die råber auf deres Mor, wenn sie bange. Oder für eine Sprung nach und Ben. Das ist gut, Karl. Ich hör mehr über die drenge, und ich selber schütze sie. Verste du das? Egal, Egal! Ernst, komm bitte! Komm her! Ernst! Komm bitte! Du kunne godt have fortalt, at det var nogle små drenge, jeg fik op, Peppe. Du kan ikke begynde at holde af dem, du? Nej. Jeg synes, hvis man er gammel nok til at gå i krig, så er man også gammel nok til at bryde op efter sig selv. Husk, hvad vi har gjort. Eller det, men os. Det var på vei. Det var på vei. Det var på vei. Jeg kommer tilbakeまた at hause. Jeg kommer tilbake.